so da sind wir aber weiter geht's ich wollte nur mal gucken wo ihr viecher so rumgammelt seh ich aber ganz anders ich übersetze euch nicht was da hinten an der rand steht also da nein das tue ich nicht ich gehe auch nicht durch diese tür soll also nach links gehe ich halt nach links oder als ein schalter ich meine hebel schalter hebel schalter na was höre ich denn da was was geht denn mit dir ab warum stellst du dich nicht einfach in kampf genauso schießt nun mal auf nein brav schießt nun mal auf und schießt nun mal entschuldigen wir bleiben noch ein bisschen biest um unser leben aufzufüllen das ist gut dass der herrlich wunderbar kontrollpunkt auch wunderbar was bedeutet ich speichere auch mal wieder nein ich speichere danke ich hatte jetzt nicht vor die gleichgabend kommt insbesondere da ich jetzt gar nicht sehe ich gehe wieder hoch hier ist du auch mal oder steht das heute nicht mehr auf dem plan der wär schon mal hin wo ist der andere hattest du nicht vor noch irgendwas zu tun das soll es nicht stören er jetzt nicht gewählt ihr könnt schön genau schießt ihr aufeinander finde ich gut das klingt nach noch mehr von euch nix da weg 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 aus dem hast du spritzen als augen kannst du mir nicht sehen die drecksbiest du blödes jetzt geht es aber los hier ich glaube es ist wie die schule wenn ich das sagt mir keiner dass ich was kann ich jetzt cool aber Aber, äh, ich bin dann mal wieder weg. Oh, ich hätte Leute rauslassen können. Ja, was ich nicht tat. Ich bin ein solch nettes Menschlein. Ja. Problem ist natürlich, hätte ich das getan, könnte ich da jetzt rein und... ...zeige, obwohl, nein, das war doch noch ein anderer Block, oder meine ich das jetzt so? Na, egal. Äh. Eiku geht da, da fällt bestimmt was runter. Das bedeutet natürlich, dass ich da gar nicht so nah dran gehe. Nein, nein, nein. Interesting. Zack. Wait, what? Ach, da liegt ein Toter drin. So zwischen den Ebenen. So, hier brauche ich keine Lampe mehr, danke. Eine gekritzelte Notiz. Eine Ladezone. Was für mich Grund genug ist, speichern zu tun. Ja, 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 ja. Ja, ich hab das wirklich grad gesagt. Oh, Feuer. Ja, das war so. Ja, ja, das war so. Ich glaube, du bist ein bisschen indesitiv. Wenn du etwas machen willst, mach das komplett. Das ist der Kornade-Wall. Aber, ich hab das ja nicht mehr gemacht. Ich glaube, du bist ein wenig indesitiv. hr mhm Puh, ha 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 ha, ha 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 ha, ich habe Licht, ha 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 Oh, da oben ist noch mehr Licht, oh ho ho ho, oh, Heilzeug, Heilzeug, das kann ich grad gut brauchen Aha, ich habe noch mehr Licht, mit dem ich nichts machen kann, so ein Dreck Na gut Hüpf Äh, ich weiß, was jetzt kommt Hi Ist ja doof, warum kann ich da jetzt nicht rein? MAMA Äh, nee, so nennt man mich eigentlich eher nicht Warum nicht? Du arme, du arme Richtig Du ruinnst mein Leben! Du ruinnst alle Leben! Du ruinnst alle Leben! Und so, ne? Alle Schöne ist vergangen Das sehe ich ähnlich Ach ja, genau, deshalb bleibe ich mich da hinten dran Weil Nö.. talalaladadida da Tolle Extra-Suchenfähigkeit Finde ich geil Tja, so leicht nicht Ist doch irgendwo wer ...der abgefackelt werden will ...nei Dann darf ich wohl erstmal zum nächsten Licht Ah, Moment Ich glaube, so habe ich mehr davon. Falsche Richtung! Falsche Richtung! Ich wollte doch gerade gehen. Upsi! Ja, so müsste das ungefähr kommen. Na, wo denn? Wo denn? Oh. Oh. Huh. Huh. Okay. Brenn, baby. Brenn. So war das nicht geplant. Sorry. Okay, ganzes Spiel nochmal. Tjo, war wohl nix, wa? So was funktioniert meist nur einmal, Freunde der Sonne. Okay. Ja, genau. Facke, du schön ab. So. Das wäre die Frage, kann ich den vielleicht auch darauf richten? Kann ich, bringt zwar nichts, aber es ist immer wieder schön, sowas gemacht zu haben. So. Ich glaube zwar nicht, dass das Spiel sich das in irgendeiner Form merken wird, aber... Für den Fall... So. Alles getötet. Ja, deshalb schweigere ich so oft. Und hier gibt's ja leider keine Taste für den Quick Save. Hä? So klettert man da runter. Äh. Ist das affig. Super. Dafür bin ich jetzt hier runtergeklettert. Okay. Dann habe ich, glaube ich, eine Idee, was ich hier machen könnte. Mal sehen, was funktioniert. Wenn ich die jetzt runterschmeiße und die ganzen Gasflaschen hochgehen, das wäre doch lustig. Ja! Ich kann es nicht, Malcolm! Ruhig, Malcolm! Ruhig! Ruhig, Malcolm! Ruhig! Du bist auf, Cory! Oh, ich will nicht! Warum mussten wir immer mit Mama spielen? Ja! Ich wollte immer mit seinem Vater spielen. Aber wo waren Sie? Ich werde mich erst um die Duck machen, glaube ich. Ich werde mich erst um die Duck machen, glaube ich. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Fuck you. Ich kletter wieder hoch. What the? Wow! Kann ich vielleicht mit dem Lämpchen noch was machen? Ähm, nö. Ja, 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 hätte ich die gern, ja. Wut the fuck?